Stimmt. Sprinten. Wichtig. Okay. Das müssen wir tun, das müssen wir tun. Oh nein, oh nein. Ich hab keine Ahnung. Reis brauchen wir. Wir brauchen jede Menge Reis. Ich weiß ja, du hast die Zutaten da drüben. Ja, ich hab's dir rüber geworfen. So, ich geh da rum und rein. Na, 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 sehr schön. Ich hab nur drei Pfannen. Schön, aber ich hörte schon mal Reis rüber, wenn ich dich später rennen muss. Hm. Töner. Äh, ja. Oh, was? Nope. Zwei, äh, ich kann, ich, ist, ist, jetzt hier. Ist, ist, ist. So, hier, ähm, Teller. Ich hab jetzt zweimal Reis. So, hier nochmal Reis. Okay, ist schon eine Rolle fertig. Ja, ich bräuchte auch die Fische geschnitten. Das verbrennt hier alles. Hast ein Feier da schon da und dann, äh, bei dir. Die Küche brennt. Jetzt haben wir das auch mal geschafft. Ähm, hier. Ja, hier fehlt noch. Ja. Hier ist Fisch. Ja, schön. Du hast da oben ein Schneidebrett. Nur zu zum Fisch. Ja, hier ist das erste Ding fertig. Ja, hier ist das erste Ding fertig. Ja, hier ist das erste Ding fertig. Wo kommt das hin? Unten. So, eins haben wir geschafft. Ja. Liegt über Reis. Du hättest am Anfang nicht so viel Reis um das Zeug hinwerfen müssen. Ich kann hier den Fisch nicht aufheben, weil es zu viel Reis rumliegt. Jetzt muss ich schon zu dir rüberrennen. Jetzt kann ich nicht schneiden, weil der Schneidbert belegt ist. Ähm, was habe ich getan? Ich habe hier gerade richtige Scheiße gebaut. So, hier habe ich Fisch. Dein Reis brennt schon. Die Töpfe brennen schon wieder. Moment. Die Töpfe sind nie ausgebrannt. Okay, was habe ich jetzt gemacht? So heiß. Wir haben übrigens Negativpunkte. Ja. Und jetzt gedacht. Ähm, was haben wir hier? Was ist das für ein Ding? Ich sehe mindestens einen Part von uns beiden, der nicht funktioniert, wie er sollte. Ja, also ich habe jetzt hier Reis. Warum war das irgendwo für oder was? Gebrauchen den Reis für alles! Ich habe jetzt den Fisch. Das kann ich noch schneiden. Hilft aber nicht viel. Ich habe jetzt... Es ist hier... Ich glaube, ein Gericht haben wir abgegeben, oder? Es ist aber geschafft. Wir haben 8 Punkte. Wir haben 8 Punkte. Sehr schön. Wir haben Fisch durch minus 57. Ich... Ja, sehr gut. Ähm... Müssen wir nur machen. Ich würde sagen, wir versuchen es hier noch weiter, weil wir müssen... ich habe versucht... Also Kevin können wir... Kevin können wir sein lassen. Das ist nur ein Secret. Das ist... Wir müssen es hier weiter schaffen. Wenigstens einen Stern. Dann... Kommt man auch weiter, wenn man nur einen Stern hat, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube... Okay, du wirst mir jetzt keine... Du wirst mir jetzt nur ein... Nicht auf einmal eine... Ganz gut. Erstmal nur ein bisschen Reis. Ein, zwei Stück. Drei Stück Reis. Erstmal nur. Okay. Dann bin ich nicht so überfordert. Gib mir Reis. Mhm. Das ist kein Reis. Ich fülle mir selbst den Reis. Das ist auch kein Reis. Das ist kein Reis. Reis, 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 Reis. Der erste Weg. Daneben. Pack schon mal die Blätter überall hin, weil die brauchen wir. So, ich hab Reis. Ja. So, Reis. Ich hab Reis. Das nächste Reis. Zack. Reis. Ich kümmere mich erst mal nur um den Reis. Du kannst das andere Fließband nehmen, dann bist du schneller. Das ist kein Reis. Das ist auch kein Reis. Das ist auch kein Reis. kein reiches findest du reißt noch der reich ist weiß so ganz schön eins könnte ich noch gebrochen und wenn ich teller da fragst du mich was so hier rechts daneben hier kommt jetzt hier die küche brennt sich wieder die küche wird sich nicht während ich anwesend zu dir zurück habe ich ja wir müssen verbrannten reis kommt auf die platte es ging nicht in der kurzen zeit so muss noch ein bisschen hier muss noch ein bisschen so sehr gut haben schon was zum ausliefern ja wir haben schon die sushirollen fertig nein nicht okay wenn das eine wurst mit irgendwelcher scheiße ist dann ist es kein sushi weißt du bist nicht so tief in der jahre ist aber das ist 1 1 1 1 1 ich mach' geschirr gibt's fisch denn sie brauchen jetzt auch brauchen viele gurken ich mach' erstmal fisch wir brauchen keinen fisch ich hab' reis schön packen auf den teller das würde ich hingestellt ja ja ich bin schon hier immer die falsche ich mach' jetzt die fucking gurken das ist noch mal reis ja gurken kommen ja so mal reis 13 sekunden ich hab' ja noch fisch wir sind besser aber wir sind nicht gut hier können wir noch sushi draus machen ok 320 reicht das es müsste reichen für zwei immerhin um das level abzuschließen und weiterzumachen und da kommen das rechte ohne ja das reicht weiter geht's ah ok und hoch da ich glaube wir müssen für gott kochen aha ok da guckst du dir mal an wir sind irgendwo mitten im himmel ich sehe gerade im chat ist wahrscheinlich auch schon ewigkeiten her den kommentaren ja du darfst du darfst mitspielen ausnahmsweise aber nur man was für eine ehre ok gut einer von uns muss rüber auf das andere ding weil wir sind das macht mit dem mann schneiden wahrscheinlich ich hab' ich hab' dir einfach mal alles drüber Nudeln Nudeln oh lecker Nudeln Bononise Nudeln müssen in den Koch ja äh achte scheiße alles gut alles gut ich mach' die Tomaten Nudeln ich mach' die Nudeln das kann ich wenigstens Nudeln kann ich auf den Tenner zack so zurück auf den Herd und hier ich glaub' das war noch nicht ganz fertig ja doch das war fertig ich glaube man merkt worin unsere Prioritäten liegen Nudeln wir können nicht viel aber Nudeln mit Tomatensauce das können wir ich hab' hier fertige Nudeln ich mach' die Tomaten eben äh ich hol' mal mehr Moment was mach' ich mit den fertigen Nudeln Moment ich schmeiß' erstmal noch ein paar Tomaten und Nudeln und Nudeln gingen dann doch nur im Weg rum Tomaten Nudeln sind fertig ich brauche einen Teller für die Nudeln das verbrannt ich brauche Nudeln ich brauche Nudelteller mach halt die Soße ohne ich hol' dir gleich ich hol' den Nudelteller hier ich hab' nix wo das ist jetzt hier ich kann nix machen Topf her Topf her so hier Nudeln 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 ich hab' hier den Topf Nudeln am Topf einer Nudeln das kann ich schneiden die Nudeln die Nudeln sind alle fertig Nudeln sind fertig Teller ich muss erstmal waschen ich muss erstmal waschen auch neue Nudeln Soße gerettet interiert Tomaten ah perfekt genau abgepasst sehr gut sehr gut Nudeln sind fertig mehr Teller mehr Nudeln mehr Nudeln also jetzt die Soße ist fertig die Soße ist fertig die Soße ist fertig die Soße also sehr gut Nudeln Nudeln die Nudeln sind fertig verdammts Nudeln Teller kommt Nudeln Nudeln keine Tomaten im Moment die kann schneiden na komm die Soße sehr gut wir haben noch Nudeln verdammt ich kann hier 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 fertig Tomatensoße 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 zack so hier kann ausgeliefert werden Liefung kommt Liefung kommt die Soße wir brauchen neue Nudeln Nudeln ich glaube die sind noch roh die können also hier rein hier nee die sind schon fertig braun Teller die Soße Zeit abgelaufen verdammt den Ende noch abnehmen können 313 reicht komplett man merkt es halt echt kaum kaum Nudeln mit Tomatensoße nur mit Tomatensoße können wir ohne Katze Oh neuer Koch ne Katze so wie kann man jetzt es geht noch mal ändern jetzt würde ich gerne mal wissen vielleicht müssen wir noch mal beginnen das ist Koch wechseln hier wo hier geht's in dem Menü geht's ach hier ne ne Koch wechseln ah ja hier ich hab ein Geschenk Haus ne ich hab die Katze Schildkote und Italiener ein Pirat ein Hai Rentier Rentier Schildkote Schildkote ein Geschenk ich bin ein Geschenk ich bin ein Geschenk Achtung nächstes Level in 3,2,1 Achtung nächstes Level in 3,2,1 let's go Heer Salat das lad auf dem Teller da brennt was wir sind in einem Heißluftballon ohne Feuer ist dann nicht mehr viel Gurke machen Gurke bauen und äh ich seh keinen hier ne das ist ein drückiges geschaut damit müssen wir damit müssen wir jetzt einfach leben ja müssen wir das ist also die Schwierigkeit von dem Level hier Achtung ich hab saubere Teller Salat schneiden ich hab erstmal die Gurke ich hab gern Brett verdammt ja dann schneid halt erstmal die Gurke dann bumm und Salat welcher Unmensch schneidet eigentlich Salat ich hab keine Ahnung hier muss das drauf so kann abgegeben werden ja kann es Teller komm danke Tomaten wir müssen nur zwei Britter hier das ist ein bisschen umständlich wir sind doch zu zweit das ist hier ein Teller Teller äh darf ich danke äh ja ähm ich mach Teller äh ja ja nein Gurke 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 ok Salat schneiden können wir also auch Tomaten und Salat muss da noch drauf ja ich hab's vor Tomate und und zack ich daneben öh was ich glaub wir sind tot ne wir leben noch wir haben eine große Küche ähm ich hab was abzugeben so hier Sushi na toll einmal löschen hier bitte Salat und Tomaten machen wir jetzt erstmal Tomaten 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 ganz gut gefragt wie sind wir hier eigentlich keine Ahnung spiel auch keine Rolle ich möchte ihn doch von diesem Spiel erfahren äh ich bräuchte mein Teller wo gibt's Teller äh Teller Teller äh ja Frage wo gibt's Teller äh Teller gibt's ja äh äh ich hab den Salat ich auch ich bräuchte eine Tomate für den Salat äh ach so der kann raus sehr schön ok aber ich brauch Salat für den Tomaten ja ich mag den Salat für den Tomaten ich lösche mal ein bisschen da brennt alles Salat die Kochte für den Schaft die Küche wieder anzubrennen ich war noch gar nicht das was du oh nun das halte ich für ein Gerücht ja Smartenbomé noch ja ich mach Teller ich mach Tomate äh ja Teller äh ja Teller Schmutziger Teller schmutziger Teller oh ja wir haben nicht mehr zu viel Zeit wir sollten noch einen Salat Salat hier für die Tomaten tu drauf hier und weg damit jetzt ok wir haben keine Zeit mehr immer noch abwasch ok 28 Punkte ok ja Nudeltomaten Nudeln mit Tomatensauce und Salat können wir mhm ich glaube viel mehr muss auch nicht ja ja bis zum nächsten Mal wie wie ich